ARD Text im Auftrag von Funk Super! Da wachsen die Bären schon wieder. Oh, die Stöcker sind fertig, sehr geil. Sehr schön die Stöcker sind fertig. So, das hier drüben ist auch alles fertig, nehme ich mir auch gleich mit. Da habe ich auch genug momentan von. Ich würde gerne, warte mal, bei Likes gab es da noch den... Lass mich mal schnell nochmal hierher gehen. Erstmal gibt es also zum Survivalen. Genau, hier war ein Ten. Und da fehlen mir Seile, die kann man sich aber leicht machen. Und Spinnennester. In der Nähe gibt es bloß leider keine Spinnennester. Wo? Doch, hier ist eins. Ah, das ist großes. Was ist das? Uhlala. Uhlala. Wow. Genau, die kloppen sich das gegenseitig gut. Go for Ace! Yeah! Juhu! So. Das zeugt ihr, dass ich mir natürlich auch nicht hinzugehen. Sehr, sehr schön. So habe ich mir nicht vorgestellt. Ja wunderbar. Hier war ich schon mal, aber hier war ich noch nicht. Oh stopp. Piktazit. So ein Piktazit. Okay. Die lassen mich da immer noch nicht ran. Das sind mir auch eindeutig zu viele. Da kann ich nichts machen. Wo bin ich denn und wo muss ich hin? Also hier kommt jetzt alles erforscht. Greift mich nicht an, oder? Okay, wir warten bis das Bison schläft. Eine sehr gute Idee. Hier gibt es auch eine Menge Bison. Deswegen werde ich hier... Mich auch niederlassen dann. Ich glaube, habe ich auch genug. Okay, super. Man sammelt sich dann Gras für die Heuwände, die wir danach machen können. So. Na komm, fang an mit schlafen, Leute. Alter. Gleichamos. Vamos. So. Das da war weg. Sehr schön. Shave. 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 Kann ich nicht shafeln. Ist aber auch logisch. So. So. Das eine Frage wäre natürlich, ob ich die auch töten kann, aber ich lass das lieber. Und gehe langsam einen Schritt, die Fucke geht gleich aus, die Fucke geht gleich aus. Whee! Das war knapp. Oh. Oh. Newt! Na los. So. Oh. Oh. Ach lol. Die ist auch voll. Kann ich da rein trocken? So, da hat sich grad mein Spiel beendet. Auch nicht schlecht. Okay. Na gut. Ähm, ich bräuchte jetzt mal meine Heuball, die ich hier habe irgendwo. Genau da. Die brauche ich nämlich jetzt hierher. Ich habe nämlich eigentlich keinen Bock dann im Winter überrascht zu werden von irgendwas, was ich nicht leiden kann. Darum. Kriege ich mich hier schon mal ein bisschen ein. Moment. Ich mache das halt so. So. Na komm. So. Kann man auch nicht anden. Okay. Äh. Wir können bestimmt wieder was bauen. Genau. Und zwar kann ich jetzt noch bauen. Ein Beekeeper Head. Protection against Angry Bees. Und ein Winter Head. Könnte ich auch bauen. Der übliche Speer halt, den ich bauen kann. Eine Luxury-X. Na gut. Mal gucken wie luxuri die ist. Aber erstmal. Achso. Ja. Ist alles voll hier. Klug mir ja gern noch. Ich muss erstmal ganz kurz. Ein bisschen Feuer machen. Dann pflanzen wir hier mal ganz kurz. Das da an. Dann tun wir die da noch kochen. Dann tue ich mal alles was mit Nahrung zu tun hat. So. Den da geben. Und dann würde ich mir den da noch pflanzen. Dafür dann natürlich. Und dann würde ich mir nicht. So. Dann ist wieder da. Aber den nehme ich auch noch mit. Dann packe ich auch da wieder sowas rein. Nein. Ja du bist so dämlich. Flupflup. 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 Moment. Erst nehme ich die andere. Hab ich auch noch eine andere? Nö. Na gut. Oh. Alles da. Die hält also einfach noch länger. Ich hab ja gehofft, dass er eventuell noch ein bisschen mehr kann. Aber okay. So. Wie viel kostet denn eine Facke? Alles klar. Das heißt ich kann. Locker zwei Fackeln machen wie die Nacht. Ich kann also wieder Bisonnerden jagen. Oh. Wer war denn da? So Manu 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 Big Grass Bisschen Grass picken meine ich Ist der ich jetzt auch sauer? Nur deinen Kumpel kann mich nicht leiden So Flupp So ok So Shave Das ist kleine Das rennt sogar von mir weg siehst du O mein Gott Jetzt habe ich aber ganz kurz ganz viel angst gehabt meine Freunde aber ganz viel angst Ohlala Ach du Scheiße Wo bin ich hier? Ah alles klar